Ein Reitwerk? Ja, also weiß ich nicht. Die Hauptstraße, ganz normal, wo du mit dem Auto anrufst, von Gebingen nach Geberhausen, da ist jetzt ein Reitwerk einzeichnet. Ja, ne, ne, an der Straße im Land. Ja, das sehe ich. Ja, irgendwie. Ja, na, da gibt es noch ein paar Sau-Steine hier. Ja, da kommt schon durch das Bad raus, ja. Ja, aber ganz von mir Wasser, Hanni, hab ne Knochen. Ja, da sind ja gar nicht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.